Wie sagt meine seligen Vorfahren so schön, für den ist mein Opa schon aus der Tanzschule geflogen. Ja, so ist es. Den verstehe ich nicht. Können wir aufhören? Ohne Twitch-Chat geht das, ich möchte das nicht. Warte, noch eins. Das läuft ja auf YouTube, richtig? Also, wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr ein Like da lasst und kommentiert, was ihr im nächsten Founders-Podcast sehen wollt, da würden wir uns sehr freuen. Abonnieren nicht vergessen. Und die Glocke. Dann kriegt ihr auch noch eine Benachrichtigung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's vom Founder-Podcast 2021 am 1. März um 14.38 Uhr. Ortszeit, Irland. Tschüss. Siehst du, Alexander, so machen das die Profis. Deswegen bin ich nicht erfolgreich. Mach alles. Bitte, bitte, endung nicht. Wir haben uns hier zusammengefunden, um uns gegenseitig zu sagen und somit euch, wo man uns überall warum und mit was finden kann. Habe ich das richtig so gesagt? Ist ganz komisch, wir haben alle genickt. Ja, ja. Ja, ja, der hat schon recht. Wer fängt denn an? Vielleicht fangen wir mit dem Grund an. Der Grund, warum wir das machen, ist, weil wir tatsächlich das Gefühl haben, wir wollen das in die Welt hinaustragen, wo man uns alles finden kann, mit was. Und deswegen sagen wir euch, mit was man uns wo überall finden kann. Genau, und ich hatte so die Idee, weil die Leute, zum Beispiel, wir haben ja einen YouTube-Kanal auf Vuxilla, super gut für Audio-Content, YouTube-Videos zu machen. Verrückt. Und da laden wir natürlich nicht die Wild-Mikes-Videos hoch. Und damit die dann aber euch finden und wissen von diesen großartigen Videos, die ja auch existieren, dass wir einfach mal zusammen ein bisschen uns unterhalten und vielleicht so ein wenig die Macher oder Köpfe der Ferngespräche, um es mal so ganz übertrieben darzustellen, mal vorstellen. Ich glaube, der Erfinder ist ja der Tommy Krabbeis, Tommy. Ja, aber der Tommy Krabbeis hatte das große Glück, Dan und Steffen kennenzulernen. Auf Initiative von euch kam das, ne? Ihr habt mich mal irgendwie angequatscht von der Seite, oder? Ich hätte meine Banane erziehen. Dan, oder? Das war irgendwie... Das ist total weird ohne Live-Chat, aber du hast recht, ja, Tommy. Wir haben dich, wir haben dich, Steffen hat dir, glaube ich, irgendwann mal eine E-Mail zugesendet und hat gesagt, hättest du Bock bei uns im Morning Talk dabei zu sein? Und dann hat er gesagt, ja, wenn ihr nicht immer die Fragen, die andere immer Fragen stellen, dann gerne. Er hat gesagt, sag es sehr direkt, beschäftigt euch mit meinem Wikipedia-Eintrag, ansonsten gibt's Ärger. Und das haben wir dann getan und haben dann in der Sendung geschaut, ob Tommy seinen eigenen Wikipedia-Eintrag auch kennt und haben, glaube ich, einfach die... Abgefragt habt ihr es. Das war sehr lustig. Unsere pfiffige Redaktion tatsächlich. Das stimmt. Ja. Jetzt lobt doch hier nicht immer die Redakteure... Wir müssen uns selbst loben. Wir sind ja nicht im Fernsehen hier. Wir sind ja nicht im Fernsehen hier. Leute, wir haben nur 15 Minuten. Ach so. Sehr gut. Okay, ganz schnell. Ja, und dann haben wir... Das war einfach... Es gab auch viele Leute, muss ich sagen, Zuschauer, die gesagt haben, ihr drei seid irgendwie sympathisch zusammen. Das war wirklich eine Rückmeldung. Und dann... Ja, das war... Das passte einfach. Und dann haben wir Tommy ein bisschen von uns erzählt, wie wir es eigentlich bei jedem gemacht haben. Wir haben auch jeden nach Irland eingeladen. Jeder durfte hier hinziehen, aber es kamen nicht viele. Ja, und... Und dann... Ja, und dann fanden wir... Das war so ein Ding, das ging über Monate, Wochen, Jahre, will ich nicht sagen, aber... Nee, aber es war immer so dieses eigentlich sehr bullshittige, ey, lass uns mal echt was zusammen machen. So ist es. Und witzigerweise kam dir dann irgendwann wirklich was um die Ecke, wo ich gesagt habe, da würde ich gerne mitmachen, weil ihr eben Wild Mikes gegründet habt auf Twitch. Das stimmt. Und dann habe ich mich da reingewanzt und bin jetzt der Grand Dude. Das stimmt. Jetzt muss man auch fair sein, Wild hatten wir zwar schon im Kopf, aber Wild Mikes kam ja auch... Die Idee, die Finale kam von Tommy, weil sonst würden wir heute alle drei gemeinsam digitale Welle heißen. Das ist nicht so cool. Aber das ist ganz spannend, weil das ist so ein Ding mit Tommy Krabbeis, der ja auch bei uns mal in einem Podcast zu Gast war und dann immer gesagt hat, ja, irgendwie müssen wir nochmal was zusammen machen und zack. Ja, zack. Kaum vergeht ein Jahr. Ich war ursprünglich bei Herrn Waschkau und dem Schlingel und dem Arne. Arne, genau. In einem völlig verstörenden Podcast, wo eine Minute Matrix pro Podcast besprochen wurde. Ein irrsinniges, irrsinniges Ding und ich hatte da aber sehr viel Spaß und habe mir dann immer gedacht, mit dem ist irgendwas irgendwie und dann haben wir auch mal einen Piloten für eine andere schöne Sache gemacht, die ein tolles Format für Wild Mics wäre, aber dazu später mehr beziehungsweise diesmal gar nicht. Ja, ja, 61 hätten wir dann. Und als es dann mit Wild Mics losging und es hieß ja, was willst du denn machen, habe ich halt gesagt, ja, ich würde gerne irgendwie eine Talkrunde machen, die mir schon seit, wirklich seit einem Jahrzehnt schwebt mir das schon im Kopf rum. Ein Moderator oder eine Moderatorin, ist ja egal, der oder die, keine Ahnung hat und wirklich tatsächlich etwas wissen will und es gerne so erklärt hätte, dass sie es auch versteht, was in meinem Fall sehr schwer ist. Aber die erste Folgenferngespräch war ja anders tatsächlich als die jetzigen Folgen. Das war ja mit Bernhard Hohecker und mit Vigal Boning. Ja, nur musst du da einschränkend verstehen, dass der von Leuten, die jetzt nicht unbedingt irgendwas in der Richtung studiert haben, beide schon auch da nochmal die obere Liga sind. Also Bernhard Hohecker wandelt Wikipedia und Vigal interessiert sich für alles, weiß unfassbar viel. Also im Vergleich zu mir waren das schon wissende Persönlichkeiten, aber jetzt nicht zwangsläufig Forscher in dem Sinne. Das stimmt, ja. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass Tommy mich irgendwann mal ganz am Anfang fragte und ich habe gesagt, was soll ich denn da? Weißt du, die fünf Sätze zur präklinischen Notfallmedizin oder zum wie kann ich jetzt irgendein Video zusammenschneiden, die haben wir schnell durchgespielt. Ich hatte dann, meine kurze Überlegung war vielleicht auf den Chat einzugehen, weil damals war Twitch, nee umgekehrt, war für Tommy Twitch ja doch relativ neu. Du warst gerade in dieser Phase, dass du dich an dieses digitale Klatschen gewöhnt hast, ja, dieses Chat-Klatschen. Genau, das war ja am Anfang der Corona-Pandemie, wo ich dann eben auch mal Live-Musik gemacht habe und es war am Anfang für mich echt schwer zu akzeptieren, dass ich halt keinen Applaus höre, sondern ihn nur visuell wahrnehme. Das ist wirklich, wirklich abgefahren. Aber Alexander, das war für euch auch am Anfang seltsam. Gib es zu. Also Twitch habe ich überhaupt keine Ahnung von gehabt. Ich wusste, Twitch ist irgendwie YouTube für Gamer und als dann Tommy sagte, habt ihr mal Bock über die Corona-Pandemie zu sprechen, das machen wir irgendwie auf Twitch, habe ich gedacht, naja, wird schon wissen, was er tut, der Krab weiß, aber ich hatte wirklich vom Format gar keine Ahnung und für mich und Alexa als Podcaster ist ja jegliche Form von synchroner Zuschauerreaktion total befremdlich, weil wir liefern ja unseren Kram ab und dann hören sich das Leute irgendwann an und schreiben mir irgendwann eine Woche später eine E-Mail oder so im besten Fall oder twittern mal, aber so direkte Reaktion komplett. Aber kanntet ihr Twitch vorher schon, also vor dem Ferngespräch? Also ich wusste, dass Twitch existiert und für mich, ich habe es wirklich so abgespeichert, da sind so Gamer wie Gronkh und die spielen da und da gucken Leute zu und da geht viel ab, aber dass man das für in Anführungsstrichen Talk-Formate in irgendeiner, ich will jetzt nicht das Wort seriös benutzen, weil das ist es ja auch nicht, aber so ein klassisches Talk-Format im Netz hätte ich jetzt Twitch erstmal nicht verortet. Und doch, und doch ist das Verrückte ja, dass diese Art Talk, die wir jetzt machen, da ist ja meine feste Überzeugung, das hätte ich im öffentlichen Rechtlichen niemals untergebracht. Allein schon der Tonfall, also jetzt Chat hin oder her, der wirklich sich als ein ganz wichtiges Modul natürlich erwiesen hat, gar keine Frage, aber die Art, wie wir miteinander umgehen und auch dieses, dass man mal unterbricht und sagt, du weißt du was, ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, was diese vier Worte bedeuten, die du gerade gesagt hast, kannst du mal erklären. Gut, vielleicht würde man bei Funk oder so, könnte ich mir sowas irgendwie grob vorstellen, dann halt mit einer deutlich jüngeren Besetzung. Aber es ist schon wirklich etwas, ich bin da sehr stolz darauf, weil es so ungewöhnlich ist, vor allem, wenn man es unter dem, unter dem Familiennamen Talk antizipiert, ist das wirklich ungewöhnlich. für euch beide, Steffen und Dan, ist weder der Tonfall noch irgendwas daran, glaube ich, so besonders innovativ, aber jetzt für uns Grand-Dudes und ich vom Fernsehen kommend. Ich denke mir immer, was für eine Expertenrunde, ja, das denke ich mir immer. Ja, klar, das ist für Twitch wiederum neu, oder? Ich kenne mich da wiederum nicht so aus, aber ich glaube, das gibt es auf Twitch sonst nicht, da sind wir die einzigen in der Richtung, oder? Ja, es gibt mittlerweile, glaube ich, den ein oder anderen wissenschaftlichen Talk, zumindest auch. Also es gibt Min-Korrekt natürlich, methodisch-Inkorrekt. Es fängt gerade so ein bisschen an, vielleicht, wir haben ja auch den Startschuss für positive Dinge gelegt, aber was ihr sagt, ist schon richtig, also wenn man heutzutage, wenn es gerade in so schwierigen Zeiten, Medienkompetenz und bla und blub und hin und her, man hört ja viel im Internet und man kriegt auch natürlich bei den influenzenden Streamern immer sehr viel mit und da ist manchmal auch so ein bisschen die Quelle sehr fraglich oder das, was da vielleicht auch an Informationen fließt, schwierig und die Zuschauer können das dann nicht immer direkt einsortieren und ich glaube, das ist beim Ferngespräch oder das Ferngespräch ist halt auch mittlerweile, muss ich sagen, echt eine grandiose Sache und hat auch nicht nur viele Menschen, viele Menschen schreiben uns ja immer zurück, dass es ihnen auch durch die Pandemie hilft und ich muss ehrlich sagen, mir geht es da genauso, also ich höre mir das sehr gerne an bei der Flut an Informationen im Netz und da ist das Schöne, nicht nur anhören, weil das kann man ja bei Hoxilla dann nochmal anhören, auf Twitch kann man es ja sogar noch ansehen live und kann dann die Akteure dort sehen, wie sie auch interagieren untereinander und ich finde, dass ihr tatsächlich bei dem Ferngespräch sehr harmonievoll miteinander umgeht und diskutiert, das ist ja heutzutage nicht mehr so der Fall, da wird irgendwie nur noch reingetreten oder irgendwas, aber ihr beschäftigt euch mit Kontras und ihr bezieht den Chat mit ein, also das finde ich und auch wir untereinander harmoniert, finde ich sehr schön. Aber Alexander, da kannst du vielleicht ein paar Worte genau dazu sagen, genau das wollte ich gerade zu dir rüberschieben. Deswegen sitze ich jetzt ja auch hier mit drin, weil natürlich könnte man sagen, gut, Tommy Krabbeis hat es erfunden und ihr beide bietet die Plattform, warum sitzt denn jetzt dieser Hoxilla-Nasenmann da auch noch mit drin? Was wir ja inzwischen haben, ist so eine Art Schattenredaktion, so will ich das mal nennen, wo wir im Hintergrund auch sehr genau überlegen, wer passt in die Runde rein, mit wem können wir solche Witze machen, damit genau dieser leichte Flow, der sich so etabliert hat, auch aufrechterhalten wird und das ist jetzt nochmal die Latte höher. Am Anfang war das ganz einfach, da waren wir froh, wenn wir fünf Leute hatten, die mitgemacht haben oder vier und jetzt inzwischen versuchen wir natürlich diesen Level, den die Leute ja auch gewöhnt sind und sehr schätzen und wo sie sagen, das tut mir total gut, wie ihr auch miteinander umgeht, da dann immer wieder neue Menschen zu finden, die in die Runde reinpassen und bisher klappt es und was man sagen muss. Aber auf einem bestimmten Kreis, das ist ganz wichtig. Also genau und alle, die aber dabei waren, kommen halt auch gerne wieder, weil das ist auch toll, dass wir im Grunde genommen so eine Stimmung haben, dass jeder Experte, die ja auch mitunter das gar nicht gewöhnt sind, so ein Format, nach so einer zweistündigen Sendung sagen, ich komme gerne wieder, das hat mir viel Spaß gemacht, das war gut. Und diese Leute sind alle aus einem, ich nenne es mal, erweiterten Freundes oder Freundschaftlichen Berufskreis. Das ist niemand, den keiner von uns kennt und es wird dann immer in unserer kleinen Gruppe gesagt, was haltet ihr von dem und dann sagen irgendwie drei Leute, den kenne ich nicht. Sagt er, der ist aber ganz toll, schaut doch mal hier, schaut doch mal da und dann schauen wir da alle drauf und nur wenn wir wirklich alle sagen, ja, mit dem würden wir das machen, dann machen wir das mit dieser Person. Ansonsten, wenn eine Person sagt, ich möchte das nicht, ich fühle mich da unwohl, ist das sofort ein Ausschlusskriterium. Das gibt es natürlich beim Fernsehen auch überhaupt nicht. Da hat jetzt irgendwie irgendwelche persönlichen, also ich meine, sonst würde wirklich überhaupt niemand mehr Nazis einladen. Moment mal, das fände ich ganz gut. Aber das ist für uns wichtig und es ist ja auch kein Disput. Wir diskutieren ja nicht und sagen, hier sitzt jetzt der Nazi und hier sitzt der Klimawandelleugner und alle dürfen jetzt ihre Meinung haben, sondern wir sagen, diesen Bullshit, den brauchen wir hier gar nicht, weil darum geht es nicht. Es geht nicht darum, ob der vielleicht recht hat, weil das ist Fakt, dass er es nicht hat. Und was wir hier machen ist, wir reden auf Basis dessen, was man jetzt momentan wissen kann und versuchen, dieses Wissen irgendwie zu vermitteln, sodass der Grabweiser auch versteht. Das ist die Haltung. Es ist für mich als, ich bin ja da auch, natürlich auf der einen Seite, stellen wir Plattformen und Kanal zur Verfügung, wobei, aber auf der anderen Seite bin ich auch Zuschauer und Zuhörer und ich habe immer das Gefühl, wie du das schon gerade gesagt hast, Grundlage ist die Wissenschaft. Das ist gerade der wissenschaftliche Stand und wir gehen aber aus verschiedenen Blickwinkeln auf diesen wissenschaftlichen Standpunkt zu. Das ist schon mein Eindruck, sonst würde ja gar kein dynamisches Gespräch entstehen. Richtig. Aber was wir uns halt nicht dazu holen ist, ist wie du schon richtig sagst, den heutzutage sagt man ja doch sehr schnell, vielleicht manchmal zu schnell, zu inflationär, aber der Schwurbler, wobei kann man das zu schnell sagen, ich glaube nicht. Na, es geht ganz schnell. Schwurbler. Also, wenn jemand einfach zu viel Blödsinn erzählt dann und das irgendwo, was weiß ich, woher greift dann, was willst du denn auch mit dem Großen? Also das kannst du ja nicht. Wir machen uns manchmal morgens im kurzen Moment die Mühe, wenn so jemand auftaucht, der, muss man ja auch sagen, das ist das Schöne an diesem Konstrukt, das funktioniert. Manchmal schneiden die Leute ja morgens dann bei uns kurz in die Sendung, ja, im Frühstückstalk und sagen dann, ja, gehst du noch ab, alles und dann hörst du schon sofort, ja, der schrubbelt, ne? Was wir gerade immer machen, ganz einfach, wir haben so eine kleine Taktik, wir machen dann einfach eure Videos auf oder die Videos von Martin Moda auf und lassen die einfach schön laufen und sagen, komm, wir gucken die jetzt gemeinsam und dann ist der relativ schnell aus dem Chat verschwunden oder sagt, ja, okay, ich denke nochmal drüber nach. So, das ist mittlerweile so. Das ist ja geil. Deshalb geht's ja gar nicht. Super. Und das ist auch ganz toll an dem Chat, Alexander, ne? Das hat uns ja wirklich, das erfreut uns ja jedes Mal wieder, wenn man dazu sieht. Sehr guter Umgang miteinander und neben den Ferngesprächen haben wir jetzt ja noch das ein oder andere Format bei euch ja inzwischen geparkt, also eins der Formate, die mir ja sehr, sehr gut gefallen ist, alle bekloppt, was ich mit Tommys Ehefrau Sophia mache, wo wir als Psychologen auch Fragen aus dem Chat beantworten und da ist es ja nochmal viel sensibler, wenn da Menschen Fragen stellen und wir sind inzwischen überrascht, was da an Themen kommt, also wirklich Schicksale, die da zum Teil in den Chat geschrieben werden und die Leute trauen sich bei euch auf der Plattform, das zu schreiben. Der Chat geht damit sorgsam und wir versuchen natürlich dann damit auch vernünftig umzugehen und das finde ich auch einzigartig, weil ich natürlich seit elf Jahren im Netz unterwegs bin und eigentlich weiß, wie so eine Kultur auch ist und wenn einer anders ist, dann haut man da erstmal drauf, weil jeder Witz erstmal gerissen werden muss, weil ich habe da einen lustigen Witz gemacht und das passiert bei euch nicht und das finde ich super gut. Echt großartig. Ich denke aber auch, weil ihr so harmonievoll miteinander umgeht, auch bei euch, nämlich ich denke, wenn das irgendwie in anderer Content gezeigt werden würde, wäre auch die Chat-Interaktion untereinander anders. Daher ist das ein sehr gutes Zusammenspiel, generell auf dem Kanal Wild Mics auch, dass einfach die Community sich da wohlfühlt und auch Sachen ansprechen kann und man wird nicht direkt zerfetzt. Und man geht drauf an. Wobei schlechte Witze, schlechte Witze kommen durchaus. Immer auf meine Kosten natürlich, Tommy. Das ist mal geil. Ich kriege es immer. Genau. Du kriegst ein eigenes Emote mit dem Schiefer-Untersetzer drauf. Das hättest du dir vor einem Jahr auch nicht gedacht. Das hätte ich auch nicht gedacht. Dass dich mal jemand damit identifiziert. Aber ursprünglich dachte ich ja, wir legen mal kurz da, wo man was findet. Man findet Wild Mics live jeden Tag eigentlich? Nee, noch nicht. Noch haben wir kein Vollprogramm. Wann findet man euch? Montag bis Freitag vormittags? Ab 10. 10. Dann bin ich meistens montags, wenn es irgendwie geht, live und erzähle über kreative Dinge. Dienstagabend ist das Ferngespräch. Und Alexander, wie ist der Rhythmus von den anderen Dingern nochmal? Dann haben wir einmal im Monat haben wir den Pärchenabend, wo wir einfach am Käseigel sitzen und Unsinn erzählen. Und dann 14 Tage später auch einmal im Monat dann alle bekloppt, wo Sophia Krabbeiß und ich Fragen beantworten aus dem Chat, aus dem Bereich der Psychologie oder Lebensberatung, wenn man es so irgendwie nennen will. Aber es ist eigentlich auch... Wollen wir ja gar nicht so nennen, weil es ja gar keine Beratung ist. Dürfen wir auch gar nicht machen. Und da ist Tommy dann derjenige, der für uns in den Chat reinschaut. Widerwillig moderiert, genau. Das Schöne ist, es gibt einen Zeitplan auf Twitch selbst. Da sind jetzt auch die Pärchenabende eingetragen und tatsächlich auch alle bekloppt. Ach, dann doch. Okay. Twitch hat was erneuert, das konnte man jetzt hinterlegen. Einzelsendungen, die nicht wiederkehrend sind und die sind jetzt dort auch zu finden. Also da findet man einen Zeitplan aller Sendungen. Genau. Kannst du den nachher mal bei Twitter verteilen, dann kann ich den mal verbreiten. Ja. Und stimmen die Uhrzeiten jetzt, weil die doch mit Irland und Deutschland... Alles drin. Alles. Twitch hat die Kritik gehört und hat gesagt, okay, Einzelformate müssen dort auch hinterlegt werden können, ja. Twitch.tv slash Wildmikes oder auf YouTube sucht man nach den Wildmikes. Das ist für den Videocontent, aber es gibt ja hier diese Runde... Video. Hat mal jemand gesagt Video. Das ist ja übrigens, da will ich nochmal kurz einhaken, weil nämlich, wer das jetzt auf dem Huxilla-Kanal sieht und sagt, das klingt ja alles total super und das ist der Herr Krapfer, so sieht der aus und gerade Tommys Gesichtsreaktionen, wenn wir über gewisse Themen von Verschwörungsideologen sprechen, sind auch durchaus anschauenswert, also die... Greenshot-Wert. Auch das oder GIF, GIF-Wert, sogar animierte GIFs gibt es ja inzwischen. Dann kann man... Genau, Qualitätsbeiträge, wunderbar. Wie kann man dann erstmal eine gewisse Zeit bei euch auf twitch.tv slash Wildmikes nachschauen, dann gehen die irgendwann aber off-air und dann habt ihr aber einen YouTube-Kanal, wo ihr den Kram archiviert und auch wieder hochlädt. Das heißt, im Grunde genommen geht... Ladetetetet. 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 Lädert. Konzentriert. Also da kann man dann auch alle Ferngespräche nachschauen. Und zeitsouverän. Und Tommy hat ja auch einen YouTube-Kanal, der macht auch lustiges Zeug. Ach stimmt, aber da parke ich halt so Musik und irgendwelches Zeug, was mir sonst passt. Kann man? Kann man? Kann man sich auch angucken. Wird alles verlinkt. Und auf hoxilla.com findet man die Ferngespräche in Podcastform. Ganz genau. Die Audiospuren als Wildmikes Special, weil wir auch zwischendurch mal eine andere Sendung auch mal gemacht haben, die wir da mit einsortiert haben. Wir waren am Anfang komplett unsortiert. Es sollte eine Sendung sein, wohlgemerkt. Jetzt machen wir das seit einem Jahr fast. Oh sorry, ich wollte nicht unterbrechen. Es sollte eine Folge nur sein, ja. Wir hoffen, dass wir mehr Folgen von auch anderen Formaten, 60 an der Zahl, produzieren können. Ich hatte ja immer die Idee an dieser Stelle, ja, noch ein Format. Ja, an dieser Stelle, ich hatte ja immer die Idee zum Founders-Podcast. Ich würde sagen, die Runde hat sich gefunden, oder? Wir machen das jetzt hier einfach regelmäßig. Ach so. Ja, kann man machen. Ja, einfach noch ein Termin, noch ein neues Format. Warum nicht? Ja, das ist ein sehr einfaches Format tatsächlich. Ja, das war einfach. Wir treffen uns hier, einer drückt Aufnahme und dann 20 Minuten und das, noch? Ja, was geht hier? Können wir das bitte, können wir es 20 Minuten nennen? 20 Minuten? 20 Minuten. 20 Minuten. Darf ich dann immer am Abschluss der Sendung einen Witz erzählen? Nein. Ja, ja, das können wir wegschneiden. Genau. Okay, dann können wir das auch wegschneiden. Ich habe einen. Also ich finde immer gut, dass ihr euch tatsächlich nicht im Ton verkracht. Moment, wir haben, stopp. Jetzt unterbricht er mich bei meinem Witz. Du kannst noch nicht, es ist noch nicht fertig. Haben wir gesagt, wo man die Hoxilla, also bei Hoxilla, Hoxilla. Ja, das haben wir gesagt, hoxilla.com, haben wir gesagt. Und bei Wild Mikes auf YouTube und demnächst gibt es bei Tommy Krabbeis halt irgendwelchen anderen lustigen Kram. Dann gibt es noch zu sagen, dass wir demnächst wohl auch dann endlich mal eine Wild Mikes Homepage haben, nur da müssen wir, also die auch gefüllt werden möchte. Da wird es dann, da ist der Plan zumindest, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, dass wir da vielleicht auch mal aus dem Alle bekloppt, dass wir das auch irgendwie podcastieren, wie auch immer. Genau, und diverse andere Inhalte dort platzieren, wie zum Beispiel die lang geforderte Buchliste oder auch eine Equipment-Liste, wo meine ganzen Instrumente drinstehen und so weiter. Das haben wir ja auch noch alles. Das ist auch schon teilweise vorbereitet. Wir müssen es halt nur irgendwo hinpacken, wo man auch irgendwo draufklicken kann, damit wir mit den Affiliate-Links so viel Geld verdienen, wie ein Elefant am Tag nicht scheißen könnte. Genau, die Formate 61 bis 72, die ich ja noch in der Schublade liegen habe für euch, da habe ich ja noch mit gar keinem drüber gesprochen, die können wir allerdings alle nur dann realisieren, das muss man auch nochmal sagen, indem wir einfach unfassbar viel Geld nach Irland verschiffen und wie kriegen wir das hin zu den White Mics, nämlich indem man den Kanal auch auf Twitch abonniert. Also das ist auch nochmal ganz wichtig. Wir können quasi das ganze Konstrukt, in dem wir uns bewegen, ein bisschen unterstützen indem ihr ein Abo bei den White Mics auf Twitch hinterlasst und am einfachsten geht es sogar, wenn man ein Amazon Prime Kunde ist, das habe ich nämlich gelernt, weil man kann nämlich da sein Monatsweise, ganz wichtig, monatsweise ein Amazon Prime Konto an Twitch andocken, kann sagen, ich möchte einen Monat lang die White Mics unterstützen, man muss das nur jeden Monat neu machen, also Amazon Prime läuft für ein Jahr, aber nach einem Monat wird das wieder entkoppelt, dann muss man es neu koppeln und dann wird ein Teil eures Beitrags für Amazon Prime an die White Mics ausgeschüttet und ihr müsst aber nicht mehr dafür bezahlen. Genau und wenn die White Mics dann so viel Geld einnehmen, dass nicht nur Dan und Steffen davon eine Banane essen können, sondern eben wir auch wirklich Formate davon finanzieren können, die mehr kosten als Leute sitzen da und schauen, dann geht es richtig ab. Und wer richtig in Gönnungslaune ist, der kann sogar den Zuschauern was Gutes tun und Subs verschenken, also Abos das wollte ich nicht achso, das solltest du nicht sagen. Ich habe das in den letzten Wochen immer sehr häufig gelesen, ich glaube, hoffentlich ist das richtig, dass ich das sage, ansonsten sind ja alle hier, die Nein schreien können, die Leute fragen immer, wie kann ich das denn neben den Subs unterstützen, das ist in den letzten Wochen ganz oft gefragt worden im Chat und dann hieß es ganz oft, ja der Tommy hat gesagt, irgendwann kommt dein Link, ich glaube, wir saßen schon zusammen, haben das nur nicht klar kommuniziert, es gibt ganz viele Links unter dem Stream, da gibt es auch einen Donation Button, also einen Trinkgeld Button, da könnt ihr draufdrücken, auch wenn Tommy und die Hoxillers bei uns zu sehen sind und wir machen uns davon kein schönes Leben in Irland, sondern wie Tommy das eben gesagt hat, wir sammeln das gerade, wir sparen einfach gerade ein bisschen und gucken mal, was da zusammenkommt und dann können wir halt Formate querfinanzieren, dann können wir auch sagen, ey Tommy, wir haben jetzt so und so viel hier in der Kasse, wir brauchen das nicht, was können wir daraus machen, ist das was. Vor allem sollte man nicht zu viel sparen, weil ansonsten kommen da ja Steuern drauf und das wollen wir ja vermeiden. Und es ist auch so, natürlich wird es dann irgendwie demnächst, wie es ja auch schon ein bisschen anklingt, auch gesponserte Formate geben, ihr habt ja gesehen, dass also die Jeff, also die, wie heißen die ausgesprochen, Alexander? Junge Europäische Föderalisten-Australiener. Klingt irgendwie, klingt falsch. Ich hätte da einen anderen Namen dafür genommen, aber egal. Die zum Beispiel, die unterstützen uns gelegentlich, wenn die Ferngesprächsthemen passen und dadurch, dass das Zeug auch noch dann bei R9 in Österreich, in Austria im Fernsehen läuft, Twitch läuft auch im Fernsehen, können die das querfinanzieren und dann kriegt jeder von uns eine kleine Gage, die jetzt nicht so, weswegen ich nach Hause schreiben würde, aber immerhin schon mal ein erster Schritt und ja, und je weiter wir da kommen, desto besser und ja, es gibt halt viele schöne andere Ideen. An der Stelle muss ich auch noch mal sagen, alle Expertinnen und Experten, die so in die Sendung kommen, würden das auch ohne Honorare tun. Das finde ich auch großartig. Die kommen auch gerne und oft und fühlen sich auch wohl bei den White Mics und bei den Ferngesprächen. Ja, und wir hatten jetzt 40 Folgen, das darf ich nicht vergessen, 40 Folgen und ich glaube, bei 5 gab es eine Gage im sehr, sehr geringen dreistelligen Bereich. Vielleicht guckt das hier auch gerade jemand und ist Sponsor oder ist ein Unternehmer oder ist Sponsor von Beruf. Ist Berufsponsor oder Privatier. Ich bin Sponsor von Beruf. Pass auf, pass auf, wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt, dann kontakt at wildmics.tv.com Nee, ich mach's einfacher. Mach's einfacher. Post at wildmics.live Da kriegst du einen Briefmarken drauf. Nein, nein, das ist dann schicktgeld at krabbeiß.de. Das ist was völlig anderes. Nee, aber ernst gemeint, sollte sich jemand angesprochen fühlen, schickt uns wieder eine E-Mail an. Post at wildmics.live Das ist ja Wahnsinn. Dann können wir das intern besprechen und wenn das dann was wird, können wir das, können wir das, ja, dann machen wir das. Dann geht's richtig ab. Ich trinke jetzt abermals auf euch, das ging vor allem so ein bisschen unter. Vielen Dank für diese tolle Zusammenarbeit. Einen Becher Honigmeet, der auch gesponsert ist, wie geil, warte mal. Bam, Meetwabe. Vielen Dank. Wasser pur, selber bezahlt. Was habt ihr? Ein Twitch-Bescher Vanillesoja. Leerer Kaffeebecher. Der Kaffeebecher ist der Beste. Beim nächsten Mal planen wir das besser. Auf euch. Prost, auf euch. Ich trinke einfach. Ist der Kaffee lecker. Ja, der Herr Leerer Kaffeebecher. Das wäre schön, das wäre schön, wenn es Lehrer gäbe, der diesen Nachnamen hätte, oder? Lehrer Kaffeebecher. Lehrer Kaffeebecher. Das wäre lustig. Das wäre fast so gut wie meinet. Vielleicht habe ich zu viel getrunken. Kann man dann rausschneiden? Ich wollte mich auch nochmal bedanken für die Zusammenarbeit. Ist sehr geil geworden. Das letzte Jahr war echt Wahnsinn. Auf weitere Jahre, auf weitere 60 Formate. Ich habe am Wochenende die Zahlen rumgeschickt. Einmal im Jahr gucken wir rein, oder? Es war Wahnsinn. Es war Wahnsinn. Es war Wahnsinn. Ich habe die nicht gekriegt. Du hast sie nicht gekriegt und ich habe sie nicht verstanden. Also insofern. Aber sie waren super. Ich habe mich gefreut. Wenn sich der Dan freut, freue ich mich auch. Ich will jetzt den Witz hören. Ja, also ich hatte ja vorhin schon angefangen und meinte, ich finde das immer super, dass ihr euch nicht im Ton vergreift. Weil ich bin letzte Woche aus dem Töpferkurs geflogen, weil ich mich im Ton vergriffen habe. Versteht ihr? Wegen Töpferkurs. Töpferkurs. Steffen, ey, Alter. Da fällt sogar alles um. Ich bin raus. Es ist sehr lustig. Es ist wirklich sehr lustig. Ja. War es das jetzt? Ich glaube, ja. Der Henn ist echt gegangen. Das war alles.